Moin moin, liebe Freunde des Vollgas Rock'n'Rolls. Hier sind Keule und Chris von Ohrenfeind aus Hamburg, St. Pauli. Anfang August findet in Geiselwind das Bike & Music Weekend statt. Und wir sind dabei. Laute Bikes, laute Musik, Ohrenfeind. Ihr seid auch dabei und ihr seid auch laut. Dann wird ein Schuh draus. Bis dahin, wir sehen uns. Rock'n'Roll. Stolle.